Es ist wirklich sehr wichtig, also Auswahl, Berufswahl ist Jahr, super wichtig. Nach dem Studium sind viele Menschen, viele Jugendliche nicht in der Lage, die richtigen Beruf zu wählen. Aber ich denke, manzul dafür mit Freunden. Erinnern und auch mit Eltern diskutieren. Aber über alles wäre eigene Interesse und Entscheidung. Wir können auch im Internet nachholen. Recherchieren ist ein Muss. Ist ein Muss. Wenn wir den richtigen Beruf wählen, genießen wir den Job, nur dann kann man das Land üben. Und stabil und ohne Sorgen das Leben führen. Also ist halte das für eine sehr wichtige Entscheidung. Also ist das für eine sehr wichtige Entscheidung. Berufswahl ist ja super wichtig. Nach dem Studium sind viele Jugendliche nicht in der Lage, richtigen Beruf zu wählen. Ich denke, manzul dafür mit Freunden, Lehrerinnen und auch mit Eltern diskutieren. Aber über alles wäre eigene Interesse und Entscheidungen. Aber wir können auch in der Lage sein. Wir können auch im Internet nachholen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und wenn wir richtigen Entscheidungen treffen, dann können wir das vielleicht richtigerweise auch genießen. Weil es geht um uns. Es geht um den Job, die wir immer wieder üben wollen. Also das wäre dann toll. Also das wäre ein Problem. Amen.